Hallo Leute, wir sind hier wieder in unserer Zwergenwelt. Hier unten sind Räume, die wir gerade ausheben. Da wird schon schön gearbeitet. Das ist schon mal wunderbar. Wir müssen gucken, dass wir dann die Räume auch einrichten für die Zwerge. Das kriegen wir alles nach dem Logo hin. Die Liste von Tante Mimini war auch noch da. Da geht es ja darum, dass wir hier auch schauen müssen, wo wir noch Kleidung machen und so weiter und so fort. Die Räume haben wir ausgeschlossen. Hier haben wir noch was gemacht. Was allerdings fehlt ist... Wo lassen wir die Steine? Das ist etwas schwierig, weil... Wir müssten jetzt eigentlich schauen, dass wir hier weiter kommen. Also hier hinten haben wir schon mal ausgenommen. Das sind 10, 15, 16, 17, 18 Räume. Wir haben 18. Die Populationen sind nur noch 15. Hatten wir nicht 18? Ich weiß nicht. Vielleicht haben wir auch ein paar mehr gehabt. Und dann müssten wir eigentlich schauen, dass wir noch hier... Ein bisschen was weiter machen, glaube ich. Und... Ja... Vielleicht machen wir es nochmal so... Achso, hier hat man ja schon Räume angelegt... Hm... Ja, weiß ich auch nicht. Aber er ist ja schon kräftig hier am Buddeln. Mal gucken, was der so macht und wir gehen erstmal in die anderen Etagen. Hier... Okay, hier wird auch gebuddelt. Wir haben zwei Buddler. Ja... So, was ich noch machen wollte... Also hier müssen wir noch eine Dingens reinmachen... Ops... Sag schon, noch ein Task reinmachen... Warte mal... Cut Gems war hier, ne? Aber das ist ja noch nicht hier... Add New Task, Cut Gems... Und dann wiederholen... Und hier hatten wir dann... Tasks... Add New Task... 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 Machen wir auch mal eine Wiederholung rein... Das hatte Tante Memea geschrieben... Und dann sollten wir zusehen, dass wir jetzt... Kriegen wir das? Ich glaube wir machen das noch hier hin... Warte mal... Das ist ein Zweiergang... Genau... Dann wird da die Mauer sein... Und hier machen wir... Wieder ein Lager hin... Was haben wir denn da? Passt... 3... 4... 5... 6... 7... So, oder? Und... Da noch einen hin... Und da noch einen hin... Und dann können wir hier... Definitiv... Sag schon... Unsere Klamotten... Fertigen... So... Hat der denn schon was gemacht hier? Kommt auf jeden Fall was irgendwie, oder? Ist das denn hier? Furniture sind schon dran... Custom Furniture... Da wird schon richtig sein... Ist das... Da sind Gem... Zirkonen sind das auch gut... Hier ist unsere Farm drin... Da hatten wir auch schon was gemacht... Aber... Straight Check... Ja... Hier sind Anziehsachen schon mal drin... Aber... Die müssen wir noch klären... Ja... Tante Mimi hat auch geschrieben, dass das hier zu weit weg ist vom Schuss... Weiß ich nicht... Ich lass das jetzt erstmal so... Vielleicht hätte das auch gereicht und das auch gereicht... Hier ist ja... Plump Helmets kommen da rein... Sind wir da mit allen Jahreszeiten ausgelegt... Sieht so aus... Aber wir haben keine Samen, oder was? Gut... Ja... Und dann war das noch... Was Tante Mimi schrieb... Hier... Vorverteidigung auch bauen... Brücke und so... Oder Rampe... Tür machen... Müssen wir uns auch drum kümmern... Warte mal... Wir können hier mal dieses Slope noch breiter machen... Das... Geht ja immer weiter nach hier hinten... Wie sieht's denn hier aus? Ja... Leider nirgendwo was richtig... Hier ist auch nicht richtig... Hier fehlt unten noch was... Ist da drunter noch was? Nein... Ah... Die Räume... Eigentlich müssen wir jetzt hier mal eine Tür und sowas reinbauen... Mal Betten da... Das ist die Frage... Keep building after placing... Ja... Betten gibt's... 18 Almond Wood Beds... Sieht so aus als ob die alles eine schwache... Permission... Wir stellen einfach die da jetzt erstmal rein... Jetzt hab ich's abgewählt... So... Da ist es... Da ist es... Hier und da ist es... Aber das können wir weglassen erstmal dann... Weitere Strukturen... Türen... Doors... Haben wir richtig... Ja... Dann nehmen wir mal... Choose... Das nächste was in der Nähe ist... Aber jetzt haben wir keine mehr... Okay... Das heißt wir müssen... Ein paar Türen machen... Jetzt wird gespeichert... Kurz abwarten... Und wir gucken... Die Tische... Nehmen wir die Tische erstmal raus... Dann soll die anderen weitermachen... Na ja... Wir werden sehen... Hier Getränke sind schon mal reichlich da... Hier werden auch schöne Sachen gebaut... Zum Handeln... Die kommen auch hier wohl rein... Das sieht erstmal gut aus... Oder? Wir könnten nochmal Bäume fällen... Glaube... So... Noch ein bisschen Holz kriegen... Das machen wir hier weg... Und gehen da mal ein Stück schon mal rein... Ach komm... Ganze Reihe... Das sieht schon mal gut aus... Das haben wir auch gemacht... Hier können wir noch eine Reihe... Schon ausgewählt... Ja... Und hier machen wir auch noch was... Dann wird das nicht so eng sein... Beim Laufen... Ah... Hier sind unsere Betten... Und die Tische haben wir da auch schon drin... Es geht auf jeden Fall voran... Ach... Betten sind sogar hingestellt... Türen sind auch schon hingestellt... Sehr cool... Haben wir denn schon neue Türen gebaut... Ja... Sieht so aus... Aber nur eine... Ja... Das sieht auch schick aus... Das Bett, ne... Chestnut Bett... Gut... Furniture... Bett... Haben wir noch einen Platz... Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet... Ne... Sind überall noch... Ja... Wird noch nicht weiter gebaut... So... Wie sieht es denn überhaupt aus... Drinks fehlen hier... Wo sind denn die Drinks... Still... Still... Add new tasks... True drink from plant... Ja... Gute Frage... Ob das jetzt so richtig ist... Weiß ich gar nicht... Rollst du mal ein bisschen hier... Wie ist schon was gefällt... Hier worden... Ah... Hier sind dort der Häschen... Ja... Da müssen wir auch noch gucken... Wie wir da weiter vorangehen... Ja... Hier sind zu viele Häschen wahrscheinlich... Straight Chick... Ah... Die Wand... Äh... Der Weg wird verbreitert... Sehr schön... Und dann müssen wir noch weiter gucken... Wo es weiter hingeht... Ah... Der macht da auch noch weg... Ja... Jetzt wird hier auch weiter geräumt... Der Wandengang wird auch breiter gemacht... Sehr schön... Hier nochmal... Da gab es noch Zirkonen... Und jetzt geht es hier weiter ran... Dass wir da vielleicht... Auf Dauer... Uns um die Wolle kümmern... Und dann um kleine Stücke und so... Ah... Jetzt geht keiner mehr hier arbeiten... Schade... Warte... Hier können wir wieder was strukturieren... Setzen... Türen... Haben wir welche... Ja... Türen läuft... Äh... Hat er auch schon gemacht... Dann kann er auch schon eine Tür hin... Da kommen schon sofort eingebaut... Die Türen... Das sieht schon mal gut aus... Oder? Da liegt eine Axt... Oder was ist das? So... Neue Struktur sind dann Furniture... Und die Betten... Weil hier geht auch schon eine hin... Oder eines... Ah... Mehr nicht... Gut... Copper Battle Axe steht da drinnen... Name this building... Remove this building... Permanent... Ja... Das ist dann die Frage wer da was kriegt... Ja... Wir haben auf jeden Fall genug Plätze... Die da... Freigemacht werden können... Das Bett ist auch schon hingestellt... Sehr gut... Und da müssen wir gucken was die Steine hier weg kommen... Hier haben wir doch schon mal ein paar fertig... Die können wir doch schon markieren... Da fehlt noch eine Ecke... Da auch... Hier geht aber schon... Genauso wie da auch... Jetzt haben wir die schon mal markiert... Ne... So... Da könnte man jetzt jemanden zuweisen... Na... Vielleicht erstmal denen die... So schlechte Laune anzeigen... Oder... Mal gucken wie es weiter geht... Mal gucken wie es weiter geht... Und das ist jetzt irgendwie komisch... Ich kann das hier markieren... Mengen... K7... Kann ich den hier irgendwo sehen... Wer da so... Sonst noch so liegt... Ne... Irgendwas ist hier faul... Da habe ich irgendwas falsch gemacht... Glaube... Kann das sein... Das ist eine Kurszone... Alle vier Räume zusammen... Das ist glaube ich falsch... Kriege ich das jetzt weg? Gar nicht... Klick an der Existenz... Zune selected... Select the type below... To add soon... Click the play area... To paint this soon... Warte nochmal das ganze... Das... Bedroom... Nimmt das weg... Oder nimmt das nicht weg... Das ist hier die Frage... Das ist hier die Frage... Oh... Da haben wir jetzt irgendwas falsch gemacht... Oder? Paint... Paint... Multi... Accept... Remove the soon being painted... Jetzt haben wir sie noch los... So... Klick in die Play area... To paint the soon... So... Jetzt haben wir schon ein Bedroom da... Paint... Haben wir gemacht... Accept geht aber nicht... Haben wir jetzt eine Area... Oder haben wir keine... Wir haben keine... Paint... Nochmal das ganze... So... Jetzt haben wir... Ah... Da kann man jetzt Accept drücken... Jetzt haben wir es geschafft... So... Jetzt nochmal das ganze... Und Accept... Akzept... Akzeptieren... 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 Jetzt habe ich es wieder ausgemacht, weil ich falsch gewählt habe hier. Akzeptieren, Bedroom, akzeptieren, 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 so wir können jetzt noch jemanden das zuweisen. Jetzt sehe ich gar nicht, wem da schon was zugewiesen ist, oder? Also hier ist die Zufriedenheit oder Unzufriedenheit, oder? Na ja, egal. Ich würde jetzt sagen, was machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Uhr habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, damit ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dann, tschau! Bis dann, tschau! Untertitelung des ZDF, 2020